Musik Mir ist das ja auch erst in jüngster Zeit bewusst geworden, dass ich über die letzten Jahrzehnte hinweg immer an Museumsgebäuden gearbeitet habe, die von so bedeutenden Architekten gestaltet wurden und entworfen wurden. Während der Zeit war mir das, als ich in Frankfurt wirkte, dann hier in Berlin wirkte, gar nicht so bewusst und trotzdem, glaube ich, war das in diesen Momenten, wo ich anfing in einem Hollein-Gebäude zu arbeiten oder dann in einem Mies-Vandero-Gebäude oder dann Renzo Piano, ob das jetzt in Santander war oder in Basel, diese Architekturen zeichnen sich ja jeweils durch eine sehr besondere Atmosphäre aus. Was natürlich immer auch den Stil, wenn man von Stil reden kann, oder die Handschrift besser gesagt, der jeweiligen Architekten zum Ausdruck bringt. In den Momenten, wo ich angefangen habe, überhaupt Ausstellungen zu machen und die erzwingen ja sozusagen immer eine Architektur, wenn sie indoor sind, war immer klar, niemals gegen die Architektur arbeiten. Sondern immer mit der Architektur arbeiten. Es war mein großer Wunsch in diesem Moment, wo ich den Miesbau kennenlernte als Nutzer, dass dieser endlich saniert werden musste. Er war ja in einem bemitleidenswerten Zustand. Und der Zustand lag daran, dass über Jahrzehnte hinweg dieses Gebäude von der öffentlichen Hand eben nicht gepflegt wurde. Man hat viel zu viel vernachlässigt. Und das ist ja etwas, was eine Ikone, eine Architektur-Ikone am wenigsten verträgt. Die moderne Architektur verträgt keine Patina. Und dieser Miesbau hatte nicht nur über die Jahrzehnte der Nutzung Patina angesetzt, was vielleicht noch in Ordnung gewesen wäre. Aber es waren viel zu viel sehr oberflächlich zu erkennende Schäden bereits eingetreten. Und dann war natürlich ganz wichtig in der Entscheidung, als endlich der politische Wille auch da war, den Miesbau zu sanieren. Also nicht nur zu renovieren, sondern tatsächlich auch zu sanieren. Wie es immer auch gesagt wurde, so viel Mies wie möglich. Also erhalte das Gebäude so, wie es einmal dann auch eröffnet wurde. Die Idee des 20. Museums des 20. Jahrhunderts oder eines Neubaus für ein Museum der Kunst neben dem Mies van der Rohe nur möglich war in dem Zuge, dass der Miesbau saniert wurde. In diesem Moment wurde ja auch deutlich oder im Vorfeld bereits, dass die Sammlungsbestände der Nationalgalerie alleine im Miesbau keine Zukunft gehabt hätten. Also der Miesbau erzwang sozusagen nach der Sanierung die Idee, hoffentlich gibt es ein Gebäude, um einen Großteil der wichtigsten Bestände der Sammlung der Nationalgalerie auszustellen, im Bereich des 20. Jahrhunderts. Und üblicherweise, so war es ja hier auch, gab es einen Wettbewerb und am Ende stand eben der Entwurf von Herzog de Meuron als Gewinner fest. Und was ich von Anfang an sehr überzeugend fand und auch sympathisch fand, ist, und wieder war dieses Gebäude geplant als Museum, so entgegen jeder Vorstellung, dass so ein Museum aussehen könnte. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähnlich wie bei Mies. Keiner hat sich je vorstellen können, dass irgendwann mal ein Museum so aussieht. Und immer auch mit diesem demokratischen Verständnis von Mies. Und jetzt auf einmal kommt Herzog de Meuron, nimmt eigentlich nur eine Schuhschachtel, setzt ein Satteldach drauf und das ist das Museum des 20. Jahrhunderts. Nein, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich sehe die beiden natürlich sehr, sehr zusammengehörig. Man wird sie auch gar nicht einzeln sehen können und glücklicherweise sprechen sie eine sehr unterschiedliche Architektursprache. Und das ist vielleicht die beste Voraussetzung, dass dann dieses Architekturensemble, was entsteht mit auf der einen Seite Mies van der Rohe, in der Mitte dann das Gebäude von Herzog de Meuron und dann tatsächlich noch die Philharmonie von Schahoun. Ja, wo gibt es denn so etwas? Und jede dieser Architekturen entspricht genau ihrer Zeit. Und dass Herzog de Meuron, die schon so vieles gebaut haben, der unterschiedlichsten Architekturen im Übrigen, quasi auf die simpelste Form eines Hauses zurückkommen, für ein Museum, was eben nicht den Anspruch hat, ein Tempel zu sein, sondern einfach nur ein Haus mit vier Wänden mit einem Satteldach drauf. Das ist, glaube ich, ein Riesenglücksfall gewesen. Die Idee eines Erweiterungsbaus oder einem Bau, der sich jetzt diesem kleinen Miesbau zugesellt, natürlich in dieser Stadt Berlin wieder einmal skeptisch gesehen wird. Weil man glaubt, selbst bei so einem kleinen Bau eines berühmten Architekten sollte man vielleicht nichts mehr daneben setzen. Was ich für, ich halte das nicht für sehr überzeugend. Ich glaube, jeder Architekt, der in einer Stadt baut, der weiß auch, dass Stadt sich permanent verändert und dass die urbane Landschaft sich auch permanent verändert. Ich würde das begrüßen, um auch eine größere Aufmerksamkeit für das kleine Mies, so private Mieshaus hier in Berlin zu bekommen, dass man hoffentlich etwas Kluges erdenkt und etwas Kluges realisiert, was selbst diesem kleinen Ort eine Bedeutung gibt. Ich bin auch ganz fern der Überzeugung zu glauben, dass immer nur die großen Kulturstätten, wie ein Museum, wie der Bau einer Oper oder eines Theaters, die am meisten doch nur die Hochkultur zeigen. Und ich glaube, es braucht ganz viele Satelliten in einer Stadt, um Kultur in ihrer Diversität auch zu zeigen. Es gab ja in der Vergangenheit auch immer schon Überlegungen, dass die beiden in irgendeiner Form miteinander kooperieren. Und ich glaube, in dem einen oder anderen Fall hat es, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal eine Zusammenarbeit gegeben. Ich kann mich jetzt in meiner Zeit nicht erinnern. Das liegt daran, dass immer die großen Häuser so viel zu tun haben. Und auch immer, das sehe ich durchaus selbstkritisch, vielleicht auch nicht genügend Aufmerksamkeit, dem kleinen Partner widmen. Sie sollten es, weil sie können sich ja gegenseitig befruchten. Nein, das wird zu hoffen, dass dann auch dadurch neue Impulse gesetzt werden können. Mir fällt gerade etwas ein. Ich glaube, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, in einer Vermittlung auch ein junges Publikum anzusprechen. Und ich denke, wie wunderbar muss es sein, wenn man auf Kinder stößt und denen etwas über Mies erzählt. Hier hat er ein Privathaus gebaut. Noch klein und überschaubar. Aber er hatte Träume. Und die Träume führten ihn dann irgendwann dazu, nicht nur Hochhäuser zu bauen oder zu denken, sondern auch dann zum Schluss, als seinen letzten Bau, den Mies-Vanderoh-Bau, das Museum. Und dann vom Haus Lemke rüber zu gehen, rüber zu fahren zum Museum der Nationalgalerie. Das muss doch für Kinder so ein Erlebnis sein, zu sagen, wow, ja, ja, anfangs sind meine Ideen vielleicht noch klein, aber ich habe die Kraft, etwas Großes und Großartiges zu denken, wenn ich nur kreativ genug bin. Und das wäre vielleicht, wo gibt es denn sowas schon mal? Hier in Berlin vielleicht. Ja. Vielen Dank.